Manchmal sitzt die Brille so scheiße, dass alles voll verschwommen ist. Warum, Susanne? Warum? Ich bin sorry, David. Ich weiß, dass sie viel zu dir bedeutet. Sie war eine gute Person. Ich bin so worried, über jede und jeder von euch. Ich habe Berak gesagt, dass etwas so sein könnte passieren. Ich habe ihn gesagt, dass es etwas hier auf dem Mountain gibt. Ein schweiges Spirit. Powerful. Aber er wird nicht hören. Nachdem ich das richtig bin. Ich möchte nicht glauben, dass ich das richtig war. Es ist bereits dawn. Es ist die lange Zeit. Ich kann mich daran erinnern. Ich empfehle, dass alle ein bisschen ein Schut-Eye, wenn wir können. Entschuldigung, wenn ich mich für ein Moment entschuldige. Ich muss mich auf einmal denken. Ich muss mich auf einmal denken. Gordon! Ich weiß, ihr seid alle ein bisschen niedergeschlagen. aber ich war es ja nicht absichtlich. Ich wollte sie vorgehen lassen, damit sie nicht als Letzte dann Rückendeckung geben muss. Aua. Au. Dann setze ich mich auch mal hin. Police? Police hört sich gut an. Oh nein. Stop. Stop your fire. I said stop shooting. Calm down there. Please. Stop. Damn it. You're shooting into a crowd and you all lost your mind? Would you please come and help me? Ja. Stop. Hey, ich habe überhaupt nichts getan und schon wieder ist der Controller nicht richtig. Das kann doch nicht sein. Ich sehe so mit gar nichts mehr. Hä? Ach Quatsch, die Controller haben sich getauscht? Das ist ja interessant. Okay. 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 Wieso schießen die auf uns? Wow. Wow. Die wollen nicht helfen. Ich seh halt gar nix, ist das richtig so? Hi, äh, warum sitz ich hier? Was ist passiert? Hä, irgendwas geht mit den Kontrollern ab und das finde ich irgendwie nicht so geil. We shouldn't go back. Das sieht auch nach schlechten Ideen aus. So, es ist noch derselbe Tag, ich musste nur jetzt mal kurz ne Pause machen. Das war halt echt irgendwann anstrengend für den Kopf. Anderthalb Stunden oder so habe ich jetzt durchgehalten am Stück. Und... Oh. Hallo! Oh, komm her. Gordon, ich glaube, du bist gut. Hey! Nicht so aggro werden, Kollege. Und der haut einfach ab. Help me up. Mit dem Tempo ist es kein Wunder, dass wir nicht entkommen können. Wieso helfen die uns nicht einfach? Wieso helfen die uns nicht einfach? Ich weiß nicht, dass wir nicht mehr woanders sind, aber hier... David, ich weiß, dass du und Susanne sind Freunde. Stopp. Bitte. Ich kann nicht über sie gerade reden. Freunde? Vielleicht waren sie auch mehr als Freunde. No, we're fucked up. David, steh nicht so in der Dunkelheit rum, das gefällt mir nicht. Guck. 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 Oh, die Tür verpasst. Nein, David. Victor! Ich würde das nicht machen, Leute. Hier ist doch definitiv irgendwas drin gewesen. Hm? Jetzt kann ich überhaupt nicht greifen. Ich will das aber lesen. Ah. Guck mal, was ich gefunden habe. Oh. Hi. Ich bin vorsichtig, Kollege. Freundchen. Kannst ein bisschen gruseliger noch dastehen, Gordon. Äh, nicht Gordon, David. Gordon ist ja weg. Ist noch überall dieses Kratzer. Kannst du mir die Tür nicht zumachen? Oh, Kollege, wenn du vor mir stehst, sehe ich nichts. Ist hier sowieso schon so wenig, weil es so dunkel ist. Woher soll ich das wissen? Wir sind jetzt in dem Basement des Blackwood-Pines Hotel. Der Elevator nach vorne wird uns da bringen. Hotel? Was war das? Ich weiß nicht. Frag nicht so dumm, wenn du es weißt.